so hallo wir machen weiter bei jam 2 letztes mal haben wir das letzte in den letzten expert in cabin fever gemacht der leider länger gedauert hat als er müsste und jetzt sind wir in einer ganz merkwürdigen welt gelandet oh how i learned to stop worrying and laugh ja let's go da oben ist eine bombe 21 boom when you see a bomb throw it into a pit before it explodes even if the bomb is off screen it can still okay ich muss an alle bomben rankommen und die entschärfen okay coole idee grundsätzlich das war es nicht okay sehr coole idee die macht das nicht kaputt ich muss das mit dem blauen block machen okay ich würde sagen wir machen abschnittsweise selbst jetzt also hier einen weg mit ihr ich habe mich selbst drunter geschossen die idee feiere ich die idee ist richtig cool tschüss nein nein okay die bombe ist entschärft worden also ich habe mich zwar dafür geopfert aber sie ist entschärft worden so zack 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 und tschüss ja gut sie ist entschärft aber ich komme nicht mehr durch warum habe ich so viel zeit ich meine die andere die explodiert doch jetzt selbst wenn ich hier durchgehe ach so war gerafft gerafft zack tschüss du kannst du ja gut du kannst du vielleicht jetzt nicht mehr durchgehe jetzt schmeiß ich sie natürlich hier rein dumm ok wait ah nice Ja und nö. Ach so. Lost. Wait. Das hat nicht hingehauen. Ah, wait. Verstanden. Ah, ich wollte nicht. Ich wollte abschnittsweise saves. Jetzt mal einen Moment. Zurück, zurück, zurück. So. Nee. Nee. Hä? Bin ich dumm? Vielleicht kann ich es im nächsten Raum entsorgen. Ach nee, ich darf sie nicht durch die Röhre durchnehmen. Aber ich komme hier nicht mehr raus. Ähm. Was mache ich falsch? Ähm. Was mache ich falsch? Ich meine, das ist so ein kleiner Raum. So schwierig kann das Rätsel jetzt ja nicht sein. Jetzt müsste ich nochmal... Oh mein Gott. Ja. Wow. Wow. Ich bin komplett lost manchmal, es tut mir leid. Jetzt gehe ich halt so wieder hoch. Das kann so einfach sein. Okay. Okay. Good. Okay. Ich muss eh beide spielen. Von daher egal. Müssen wir erst mal den machen. Nice. Ah, okay. Verstanden. Hätte ich die jetzt einsammeln dürfen. Ach so kriege ich die wie... Zu langsam. Vielleicht kann ich die nicht einfach... Ach so. Die Disco Shell muss weg. Und dann hole ich mir die Blume. Dann laufe ich hier hoch und schieße runter. Ja, okay. Okay. Oh, ich hätte nicht drücken dürfen. Ups. Doch, nur aber. Nur einmal. What? What? Ah, verstanden. Sieht aus, als hätten wir es. Das ist das Ziel. Juhu. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt nochmal bis zum Midwaypoint spielen. Außer es gibt eine coole Abkürzung am Anfang, was ich bei Jam mir wünschen würde. Yeah, ich liebe euch. Yeah, ich liebe euch. Ich liebe euch. So wünsche ich mir das. Und dann machen wir die Bomb Diffuse im Wasser. Das heißt, ich muss die jetzt ins Wasser pfeffern. Okay. Okay. Hui. Nein. Geh kaputt. Nice. Oh, shit. Rip me. Also erst den drücken. Also erst den drücken. Also erst. Wobei ist eigentlich egal. Ich muss den nur wieder fangen. Das ist alles. So nicht. Verstanden. Jetzt ist das Wasser weggegessen. Ah, besser verstanden. Ich muss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stell dich nicht so an. Kerl. So. Und stopp. Bombe runter. Wasser lebt. Zack. Tschüss. F. Okay, was soll ich tun hier? What? Ah, ich hab's verstanden. Die darf die da unten nicht nochmal drücken. Das heißt, die muss in dem Moment explodieren. Und dann drückt sie den wahrscheinlich nicht mehr. Und ich kann ja noch ein Stück weit laufen, wenn das passiert. Okay, auch eine coole Idee. Ja, genau so. Nice. Sehr coole Idee. Ich hab die Wahl zwischen Morseln. Mit Morseln. Okay. es hilft ja nix wie hat joshi den jetzt ausgelöst wenn ich auf joshis sitze ok wenn ich auf joshis sitze wird der p switch ausgelöst so wollte ich eigentlich nicht absteigen so eigentlich auch nicht sag mal ja so wollte ich absteigen so stopp ach komm ich kann dem typ nicht entkommen ja k.o. sehe ich auch ich musste ihn so schnell ich muss ich müsste den eigentlich schnell ach ach l so ein tag ach morsel leck mich ich schlatt das level neu was ein bullshit nein ich muss den essen mhm what the fuck wohin zieht joshi weg was ist der fällt sich ganz komisch teilweise so kann ich den nicht essen wieso ist er den nicht ach gott sei dank toll what the hell wie sollte dieser ganze quatsch funktionieren oh gott ist das eine kacke ich muss irgendwie oh mein gott wie mach ich das denn wahrscheinlich so toll das wäre es halt gewesen es ist halt einfach super knapp ich glaube das passt das müsste passen yes okay so das passt auch oh je oh je wait da geht das jetzt überhaupt what das geht das geht nicht geht das so ich glaube ich hab's versaut aus der position ich müsste da wieder drauf landen nee das kann so nicht funktionieren zurück hier hin ich muss die weg machen das ist es jetzt komme ich nicht mehr hin na theoretisch kenne ich noch was sogar zurück glaube ich aber ich muss die hier weg machen und jetzt ist nämlich ja jetzt komme ich da einfach rüber und dann nutze ich die hier wieder gott ist das eine kranke level idee ich hoffe das ist nicht mehr lang mit wenigstens mit ok aber das sind das sind typische morsel ideen ich könnte kotzen gott ist wot 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 ah Yo! So, jetzt muss der in die Richtung gehen. Ja, geil. Hätte der klein sein müssen? Hätte der beim Runterfallen klein sein müssen? Oh mein Gott. Aber wenn ich mit Yoshi hier hinkomme, ist er auf jeden Fall... What? Da kann ich da geduckt drauf? Bringt das... Enttät das irgendwas? Ich komme da nicht durch. Hä? Der muss runterfallen, wenn Yoshi nicht in der Nähe ist. Also wenn der... Keine Ahnung. So ist er jetzt ja schon reingeladen. So fällt der als Großer runter. Hä? Also ich verstehe die Problematik. Aber wie sorge ich denn dafür, dass der nur als Kleiner runterfällt? Da müsst ihr Yoshi weg. Erstmal wieder. Oh, ich sehe es. Ich glaube ich nicht sicher. Der steht ja selbst auf einer Münze. Ach, fuck, ey. Lass auf so einem Block. Wenn ich den Block hier einsammeln könnte, ohne dass Yoshi darunter leidet. Alter, geh halt nicht kaputt, Mann. Wie kann ich den Koopa nutzen? Ich meine, klar brauche ich Yoshi noch. Aber ich verstehe es nicht. Aber ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich Morsel nach dem Level ein kleines Stückchen mehr hasse. Ich kriege auch nicht die Münze hier oben weg und lande wieder. Okay, tue ich doch. Toll. Das war genau, was ich wollte. Können wir das zurücksetzen, wo ich... Jetzt ist da der Koopa... Oh, Mann. Okay, es ging aber. Also, irgendwie ging es. So. Möglichst knapp die Münze wegmachen und dann... Okay. So. Und wenn er jetzt runterfällt, ist er jetzt... Dann ist er doch jetzt trotzdem groß, oder nicht? Also, das raffe ich jetzt halt nicht. Naja, er fällt ja trotzdem groß runter. Und er müsste aber ja klein runterfallen. Okay. Das heißt, jetzt müsste er irgendwie runterfallen? In dem Moment, wo er runterfällt, darf ich kurz nicht auf Yoshi sein. Oh je. Also, wo er reingeladen wird. So muss ich es ausdrücken. Das ist ja hier nicht der Fall. So fällt jetzt halt klein runter, aber ich habe Yoshi nicht. Oh mein Gott, wie soll ich das denn... Leute. Ich bin der größte Vollidiot, den die Welt jemals gesehen hat. Vielleicht mache ich ihn einfach selber einen Kurpf kürzer. Vielleicht hasse ich auch nicht morseln mehr, sondern mich. Okay, wie soll das da drüben jetzt funktionieren? Achso, indem wir hier erstmal in der Lücke landen. Okay. Was dumm ist, der ist jetzt weg. Ich wollte das nicht speichern. Komm her. Jetzt reicht es wieder nicht. Jetzt reicht es wieder nicht. Jetzt. No. Gut. So far so good. Da muss Yoshi jetzt... Ne, da muss Yoshi nicht rennen. Ich dachte, Yoshi muss da rennen. Muss er gar nicht. Yoshi muss da oben rennen. Ah, verstanden. Gut. Und jetzt... Toll. Okay, aber jetzt ist Yoshi safe weg. What? Vorher muss er mir noch einen von den Viechern da wegfuttern, oder wie? Alter. Die Base-Bälle können jetzt auch dann mal wieder verziehen. What the heck, man. Oh, da gibt es den nächsten Yoshi. Schade. Ich dachte, es wäre vorbei. Das wäre auch zu schön gewesen. Das muss ich anders timen. So, 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 so. Ich muss unten rum, ne? Ich hasse alles. Wetten, ich darf nicht absteigen. Ich glaube, ich darf absteigen. Danke Morsel für dieses großartige Level. Das nächste Morsel-Level geht es beim nächsten Mal mit dem unfassbar langen Titel. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Aber ich gebe zu, das war eine Art... Das war eine Mischung aus Morsel und meiner Inkompetenz mit dem Pokey. Also das war super dumm. Super dumm. Alles. Danke mir. Vielen Dank.